Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS17 aus Stappenbach in Oberfranken. Es ist 11 Uhr morgens. Was haben wir den ganzen Vormittag gemacht? Eigentlich wollten wir schon lange in der Grasernte sein, aber es hat in der letzten Nacht geregnet. Ihr habt das ja gestern gesehen, bei der Kartoffelaussaat hat es ja schon fast angefangen. Hat dann auch in der Nacht geregnet, hat sich bis heute Morgen hingezogen. Und wir mussten bis jetzt warten, bis die Wiesen wieder einigermaßen trocken sind, dass wir die mähen können. Weil wir wollen ja Heu draus machen, bringt ja nichts, wenn die klitschnass sind, ne? Wisst ihr, muss ich euch nicht erzählen. Und wir haben natürlich die Zeit genutzt und haben hier Hofdienst gemacht, ne? Die Kühe mussten versorgt werden. Und dabei ist mir dann halt aufgefallen, dass wir dringend Heu brauchen, weil das hier, diese 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 Ballen, plus, Moment, 15, plus, wenn ihr hier, ne, das Farming-Tablet habt, das ist ja das von Emma, äh, von Emma, von Emily, von Emma, wer ist Emma? Ähm, da gibt's ja dann die App Storage House. Und da könnt ihr ja, ne, Wolllager, Quaderballenlager, das ist ja neu bei uns jetzt, ne? Das steht neben dem Rundballenlager, da wo die Quaderballen ja jetzt reinkommen. Ab jetzt gibt's ja nur noch Quaderballen. Und das Rundballenlager. Und da sehen wir, wir haben auch nur noch 5 Heuballen eingelagert. Stroh noch 47. Es könnte mit den Strohballen, die hier liegen, gerade so reichen, bis zur, ähm, bis zur Ernte. Aber die Heuballen halt nicht, die reichen nicht. Und da werden wir jetzt neue machen. Wir haben noch ein paar beim Schafstall, glaub ich, stehen. Mh, die bleiben da auch. Die Schafe haben eine Extraversorgung. Also, nicht eine Extraversorgung, aber ich hab jetzt auch oben, die Kühe brauchen Gras. Das ist ja drin. Ich geh mal hier auf Escape. Gesundheit sind wir mittlerweile bei 21%. Ich denk mal, dass der dann irgendwann mal hier so in dem Bereich wahrscheinlich aufhört mit, ähm, der Gesundheitsanzeige. Abwarten. Na? Ähm, wir brauchen auf jeden Fall hier Heu und Gras. Ich hab jetzt extra keine Heuballen reingeschmissen, weil wir erstmal nicht so viele haben. Und zweitens, weil ich das hier gerne ausnutzen möchte, um Frischgras reinzuschmeißen. Da werden wir, wahrscheinlich nicht heute, wahrscheinlich in einer der anderen Folgen, werden wir hinfahren. Und werden, ich geh mal hier kurz hin. Und werden hier eins dieser, wo ist es denn? Hier. Sowas wie 41 oder eine von denen hier. Werden wir dann als Frischgras mähen. Ne? Und zwar, muss ich euch nicht sagen, wie, ne? Also, Ladewagen hinten, hinter vorne, den Pöttinger dran. Das Nova Cat. Und dann ab geht er. Direkt rein in den Ladewagen hierher, abkippen, Thema durch. Den Restgras kippen wir dann, weiß nicht. So viel kommt da auch, glaube ich, gar nicht zusammen. Ich denke mal, ein Ladewagen, dann ist das voll. So. Nun müssen wir aber erstmal zurück zum Hof. Hat er ja Silage hergebracht, deswegen fahren wir jetzt mit dem Deutz zurück. Den Deutz kann ich leider nicht vor die Mähkombi packen, die wir da jetzt haben. Die wir von Dennis bekommen haben. Er hat ein bisschen zu wenig Power. Ne? Der braucht, glaube ich, 160 PS für das Butterfly. Und, muss ich lügen, 100? Ah, nicht ganz 100. Ich glaube, ein bisschen weniger als 100 für das Nova Cat vorne. Das wäre für den Deutz kein Problem. Aber der kriegt halt das Butterfly nicht in Gang. Beziehungsweise kommt er nicht vernünftig aus dem Tritt. Also gibt es zum Mähen natürlich die beste Kombi überhaupt, ne? Unseren schönen John Deere. Und ich werde anfangen, sowas wie hier, ne? Also, siehst du ja, der Gras ist hoch genug. Ja, so die Wiese. Wobei, ich denke mal, wir werden mit der hier anfangen. Mit der fangen wir an. Und gehen wir wahrscheinlich auf der Seite weiter. Und am 6., jetzt morgen, ne? Morgen soll es schon wieder regnen. Aber wir müssen hier, siehst du ja, hier haben wir noch Ölrettich drauf. Müssen wir unbedingt mit unserem Greencut beigehen. Und müssen den mal ein bisschen schreddern. Kommen wir dann alles. So. Nun aber mal fix hier auf dem Hof. Ich habe vorhin schon in weiser Vorbereitung die Mähkombi kombiniert. Entschuldigung. Das kleine Wortspiel konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Ich werde den Deutz jetzt mitsamt dem Silage, oder mitsamt dem Klaas, schon mal hier drüben hinstellen, weil da muss nachher sowieso nochmal Silage rein. So, der kommt hier hin. Ja, ein Stück weiter vor, sonst... So. Bleibst du mal hier stehen. Tür zu. Okay. Da ist das gute Stück. Natürlich mit Schwattablage, die wir im Moment nicht brauchen. Wenn wir Heu machen, brauchen wir keine Schwattablage. Ist dann natürlich gut, wenn wir im Herbst die Lage fahren. Da bietet sich der Collector natürlich an. Jetzt ist er, ja, überflüssig. Werden wir aber gleich sehen, da kriegen wir alles hin. So. Dann wollen wir das gute Stück schon mal anschmeißen. Den machen wir zu. Brauchen wir hier noch irgendwie... Von vorne? Ne, ne, noch nicht. Ne, lassen wir es mal aus. So. Der Weg zur Wiese ist ja zum Glück nicht weit. Sie ist ja direkt gegenüber. Ich muss ja nur mal ganz kurz gucken, wo wir anfangen. Ich glaube, wir fangen hier... ...die rechte Hand an. Wir fahren dann... ...ein oder zweimal rum, glaube ich. Jetzt muss ich aber... ...zwitz... ...kridisch. Ist schön, wenn man ein Mähwerk vorne vor hat und da so ein Schuppen steht, ne? Nicht andersrum rausfahren müssen. So. Hä? Was? Wie? Wo? Warum? Hier wollen wir ruf. Hier fahren wir auch ruf. So. Zack. Wir brauchen mal... ...das Judith-Stück ausklappen. Perfekt. Der kann auch schon mal anlaufen. Bei dem hier müssen wir noch mal ganz kurz... ...ah, das ist für den. Dann ist das für den. Genau. Weil die brauchen wir nicht. Wir wollen eine Breiteablage. Zurück hier. Ja, wobei wir müssen mit dem Schwader auch noch drum kommen. So. Das sieht gut aus. Schalten wir mal das Stück auch an. So. So. So sollte das eigentlich passen. Kurz ein bisschen Abstand hier. Ah, die erste Bahn wird jetzt ein bisschen komisch. Müssen wir nachher mit dem Wender das Ganze... ...vom Rand ein bisschen wegholen. Wie gesagt, mit der Schwadablage arbeiten wir dann im Herbst. Das bringt mir jetzt nichts. Was bringt es mir, das ganze Gras in Schwad zu legen? Wenn ich hinterher mit dem Wender drüber fahre. Das macht überhaupt keinen Sinn. Großflächig abgelegt. Einmal kurz gewendet. Und dann das Ganze zusammengeschwadet. So ist der Plan. Für den heutigen Tag. Ich werde jetzt extra nicht alle Wiesen, die wir haben, heute mähen. Weil ich glaube, dass wir das nicht wirklich hinbekommen. Und ich glaube, wir kriegen dann auch ein bisschen zu viel Ballen. Überschüssiges Gras mähen wir ja sowieso für die BGA. Beziehungsweise für die Silage am Rinderhof. Aber so kriegen wir auf jeden Fall das Ganze später nochmal hin, dass wir... Na, das war jetzt nicht so schlau. Also kriegen wir das hin, dass wir dann später nochmal von so einem ausgehen. Was soll ich denn jetzt sagen? Achso, dass wir nochmal Gülle fahren können. Genau. Das war der Satz, den ich sagen wollte, der mir nicht eingefallen ist. So, machen wir das Ganze mal aus der Außenansicht. Ah, sehr schön. Also ich habe den Kollektor schon ausprobiert, der funktioniert. Die Förderbänder sind zwar nicht animiert, aber das Prinzip des Kollektors funktioniert. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall mit dem Wender nachher das Ganze Gras von der Seite wegholen. Ist aber schon ein breites Gespann. Das schafft was. Im Gegensatz zu dem alten Schwattmäher, den wir hatten. Ich weiß, es gibt mittlerweile auch dieses NovaCat Pack. Mit Dynamic Hoses. Hast du nicht gesehen und weißt du nicht. Aber da ist kein Schwattmäher drin. Und ich wollte unbedingt mal den Schwattmäher ausprobieren. Weil den siehst du in letzter Zeit öfter mal auf den Feldern und Wiesen. Äh, auf den Feldern, auf den Wiesen. Und wenn Dennis den schon am Hof hat, dann nehmen wir den natürlich mit. Na komm. Der einzige, womit man hier noch hätte rüberfahren können, wäre dem... Big M. Einer hier im Nachbarort hat einen. Aber ich denke mal so, Big M technisch wäre dann tatsächlich was, wenn wir diese... Na. Sagen wir mal schnell. Hier nebenan. Genau. Wenn wir da diese ganzen Flächen haben, Da könnte man sich durchaus mal überlegen, den Big M vom Nachbarn zu leihen. Wenn wir dann tatsächlich da drüben diese komplette Bahn jemals in unserem Leben... Weiß ich gar nicht, ob wir sie jemals haben werden, aber... Wenn, dann macht es Sinn, dass wir da den Big M uns besorgen. Mal ausleihen. Wobei das hier schon... Ist eigentlich eine Arbeitsbreite, die reicht, ne? Oh, oh, falsch das da. So war der Plan. Naja, wir haben ja hier auch nur 39. Ich darf da hinten nicht vergessen. Hätte ich wahrscheinlich gerne als nächstes, damit ich sie nicht übersegele, als nächstes hier rüber. Ich weiß gar nicht. Jetzt, wo ich die Kollektoren hochgeklappt habe, kann ich das einfach zusammenschlacken oder blockierter? Das ist doch normal blockierend, oder? Die gehen doch gar nicht... Na? Na, komm. Interessant zu wissen, ob er die runterklappt oder ob er sie oben lässt. Mal das Ganze jetzt absolut aus der Außenansicht, dass du auch ein bisschen noch was sehen kannst davon. Wir hätten jetzt auch mit dem Drescher rüberfahren können. Hätten uns die Krasse haben noch sichern können. Aber das ist meiner Meinung nach eine Sache, die man eher vor dem Herbst macht, bevor wir daraus Silage ballen. Beziehungsweise nicht Silage ballen, bevor wir daraus Silage machen. Dann können wir da nochmal Krassamen runterholen. Vielleicht bis dahin auch schon mit dem neuen Drescher mal gucken. Noch fehlt uns ein bisschen Kohle, um uns den leisten zu können. Der Meier fragt schon immer, na, warum bestellst du den? Ich kriege den immer von mir zu hören, wenn ich die Kohle habe. Dann müssen wir noch ein paar Rinder für verkaufen und ein bisschen Milch. Vielleicht auch mal ein Bühne oder ein Kompost oder sowas. Weil zur Ernte hin will ich den dann schon gerne da haben, den Drescher. Ich habe schon einen Interessenten für unseren Fortschritt. Gibt nicht viel. Ich glaube, der kauft den Fortschritt für... Was hat er gesagt? Was wollte er denn haben? Ich glaube, 20.000 Euro oder was er uns dafür zahlt. Mit allem, ne? Also mit Weißgebiss und Wagen, ne? Das ist dann so der letzte Schliff, wenn es dann darum geht, unseren Schneidwerkswagen für den neuen Drescher zu kaufen. Dann haben wir da nämlich schon mal ein bisschen Kohle. So, haben wir doch schon mal hier Wiese 1 fertig gleich. Das geht deutlich schneller als vorher. Das ist eine deutliche Arbeitserleichterung. Dann können wir schon mal hinten das Graus ausstellen. Dann lassen wir aufgeklappt für das kurze Stück, aber hinten müssen wir zuklappen. Mal gucken, was er jetzt macht. Fährt er die Kollektoren runter oder lässt er sie oben? Schade, die hätten eigentlich so eine kleine Kollie gebraucht, dass sie nicht... Dass sie nicht so zusammengehen, sondern dass sie sich runterklappen. Egal. Ist ja noch eine Beta, ne? Also es gibt das Nova-Pack zwar so, wie es ist, aber es ist ja offiziell noch eine Beta. Also von daher. Schauen wir mal, wir bleiben nirgendswo hängen. Hier müssen wir auf jeden Fall erstmal ruf. Das nützt nix. So, zack. Die Toren wieder hoch. Ist übrigens Maussteuerung, ne? Also... Was macht ihr mit der Maus rauf und runter? ? Almost. So, an die Toreavos ruf? Oh, ich bin jetzt hier angezogen. Meine Knie. Wo ich meinen Ruf? Zing. Oh, ich bin jetzt hier auf jeden Fall. Und ich bin jetzt hier auf jeden Fall. Ich bin jetzt hier oben. So, liebe Lüth, das soll es aber für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat ein bisschen Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut und sagt, bis zum nächsten Mal.